Oder? Du hast dich sicher gefragt, was aus unseren Kammerjägern geworden ist. Ich erzähle es dir. Nach Handsome Jacks Tod und dem Sturz von Hyperion herrschte Frieden auf Pandora. So weit das geht. Da ihre Mission erfüllt war, richteten die Crimson Raiders ihre Augen auf die Sterne. Du erinnerst dich an den Kammerjägern, oder? Die Karten den spätenden Brammen, hm? Die Karte glaubt sich als Kern in der Galaxis kennen. Nur vergisst...